über den zorn lucius eneos seneca willst du sodann den blick auf die wirkungen und verheerenden folgen des zornes richten so kannst du kein unheil finden das dem menschlichen geschlecht mehr opfer gefordert hätte da zeigen sich dem blick szenen von mord und vergiftung von gegenseitigen schmutzigen beschuldigungen da schaust du die niederlagen von städten den untergang ganzer völker die öffentliche versteigerung der köpfe von fürsten die brandfackeln die in die häuser geschleudert werden und das feuermeer das sich über die mauern der städte hinaus ergießt und ganze ungeheure länderstrecken grauenvoll erleuchtet blicke hin auf die berühmtesten staaten deren anfänge sich ins dunkel der vergangenheit verlieren der zorn hat sie zertrümmert blicke hin auf die meilen weit sich hinziehenden einöden der zorn hat sie entvölkert blicke hin auf die geschichtlich bekannten feldhörn als auf beispiele unheilvollen geschickes den einen hat der zorn auf seinem ruhelager mit dem schwert durchbohrt den anderen hat er am geheiligsten gastlichen tische gemordet den einen hatte inmitten seiner gesetzgebung dienenden tätigkeiten unter den augen des zahlreich versammelten volkes zerfleischt den anderen unter der hand seines vater mörderischen sohnes umkommen lassen dem einen die königliche kehle mit dem dolch durch sklaven hand durchbohren lassen den anderen seine glieder an das kreuzes holz anspannen lassen doch will ich dich nicht aufhalten mit der herzählung der todesstrafen einzelner du kannst wenn du von diesem auf einzelne bezüglichen fällen absiehst ganze volksversammlungen durch das schwert hingemordet sehen du kannst einen ganzen menschenhaufen von soldatenhänden niedergemacht ganze völker zu unterschiedslosem verderben verurteilt sehen als ob sie sich unserer fürsorge entzögen und unsere macht nicht anerkennen wollten wie warum zirnt denn das volk den gladiatoren und zwar so unbilligerweise dass es sich beleidigt glaubt wenn jene sich nicht freudig dem tode preisgeben es sieht darin eine rücksichtslosigkeit gegen sich und bleibt nicht zuschauer sondern wandelt sich durch minehaltung und leidenschaftliche erregung zum gegner um was es damit auch auf sich haben mag zorn ist das nicht sondern nur ein scheinbarer zorn wie bei knaben die wenn sie hingefallen sind den boden dafür mit schlägen gezüchtigt sehen müssen dabei wissen sie überhaupt gar nicht warum sie zirnen sondern sie zirnen eben ohne ursache und ohne beleidigung indes doch nicht ganz ohne einen schein von beleidigung und nicht ohne wirkliche rachbegier man macht ihnen also etwas weiß indem man durch vorspiegelung von prügeln den angeblichen missetäter unter tränen abbitte leisten lässt dabei beruhigen sich die knaben und der scheinschmerz wird durch scheinrache abgetan aber dem feinde gegenüber sagt man ist der zorn doch notwendig nirgends weniger müssen doch gerade hier die stürmischen triebe sich mäßigen und gehorchen denn wie steht es denn mit dem barbaren die körperlich so viel kräftiger und anstrengung gewachsener sind was beeinträchtigt ihre macht und kraft nichts als der zorn der sein eigener größter widersacher ist auch die gladiatoren schützt ihre kunst während der zorn sie entwaffnet und schließlich was bedarf es überhaupt des zornes wenn vernunft das nämliche ausreicht ausrichtet meinst du etwa der jäger habe einen zorn auf sein wild und doch fängt es auf wenn es anrennt und verfolgt es wenn es flieht und all das vollzieht die vernunft ohne zorn was war es was die tausende und abertausende von zimbern und teutonen deren flut sich über die alpen ergossen hatte dermaßen zunichte machte dass kein bote die nachricht davon zu den ihrigen brachte sondern nur das gerücht was war es anderes als der umstand dass der zorn an die stelle der tapferkeit trat mag der zorn auch mitunter hindernisse wegräumen und beseitigen häufiger aber bereitet er sich selbst das verdarben germanen was überträfe sie an mut was wäre heftiger im ansturm was begieriger nach waffen diesen ihren beständigen begleitern von geburt und kindheit an denen ihre ganze sorge gewidmet ist unter zurückstellung alles anderen wo gäbe es proben größerer abhärtung als bei ihnen die großen teils der nötigen körperbedeckung ermangeln sowie des schutzes gegen die beständige rauheit ihres klimas gleichwohl werden sie noch ehe sie eine römische legion zu sehen bekommen haben geschlagen von spaniern galliern und den entnervten kriegern asiens und syriens und was war es anderes als die zornes leidenschaft die sie so zu leicht überwindbaren gegnern machte frisch ans werk gib diesen körpern gib diesen seelen die von wollust üppigkeit reichtum nichts wissen gib ihnen vernünftige einsicht gib ihnen regelnde zucht ich will nichts weiter sagen es bleibt uns dann wohl nichts übrig als die alte römische sittenzucht wieder zu ehren zu bringen wodurch anders hat fabius den geschwächten kräften des reiches wieder aufgeholfen als dadurch dass er zu zaudern zu zögern und zu warten wusste alles dinge von denen die zürnenden nichts wissen vorbei war es mit dem reich das damals völlig auf der kippe stand wenn fabius sich zu dem hergegeben hätte wenn man zum zorn anriet maßgebend für seinen entschluss war die rücksicht auf das wohl des ganzen und in richtiger schätzung seiner kräfte die er alle beisammen halten mußte wenn das ganze nicht zugrunde gehen sollte ließ er jeden gedanken an schmerz und rache fahren einzig und allein bedacht auf das nützliche und auf die gunst der gelegenheit erst ward er seines zornes meister dann sieger über hannibal und scipio hat er nicht hannibal und das punische heer und alles dem sein zorn gelten mußte sich selbst überlassen und den krieg nach afrika hinüber gespielt so zögernd dass er sich in den augen der übel wollenden der genusssucht und lässigkeit verdächtig machte und der andere scipio hat er nicht immer wieder und lange vor numantia gelegen und den für ihn wie vor den staat so schmerzlichen umstand daß der sieg über numantia mehr zeit in anspruch nahm als der über karthago mit gleichmut über sich ergehen lassen indem er die feinde mit wall und graben umschloss brachte er sie dahin daß sie durch ihre eigenen schwerter fielen also der zorn bringt keinen nutzen selbst in schlachten und kriegen nicht denn er neigt zur überstürzung und hütet sich nicht vor gefahren während er andere damit bedroht die zulässigste tapferkeit ist die welche lange und vielfältige umschau hält und sich in der gewalt hat und sich bedachtsam und planmäßig dem ziele nähert wie wendet man ein wird der tugendhafte nicht zürnen wenn er sieht daß sein vater getötet und seine mutter fortgeschleppt wird zürnen wird er nicht wohl aber als rächer und schützer auftreten was läßt dich aber befürchten die kindliche liebe sei kein hinreichend starker sporn auch ohne den zorn oder fahre in demselben tone fort wie also wenn er sieht daß sein vater oder sein sohn in stücke geschnitten wird dann wird der tugendhafte nicht in tränen ausbrechen und alle fassung verlieren das sind anfälle wie wir sie bei weibern sehen wenn eine entfernte ahnung von gefahr sie überfällt der brave mann wird seine pflicht erfüllen unbeirrt und ohne zagen und er wird wie eines tugendhaften mannes würdig ist so tun dass jedes unmännliche gebaren dabei ausgeschlossen ist mein vater soll getötet werden ich werde ihn verteidigen er ist getötet worden ich werde ihn rächen weil es sich so gehört nicht weil es mir wehe tut tugendhafte männer zürnen wenn den ihrigen ein unrecht zugefügt wird wenn du diese behauptung aufstellest theophrastus so suchst du damit mannhafteren sittlichen lehren den weg zu versperren und wendest dich den berufenen richter meidend an die große menge weil jeder mann bei einem solchen erlebnis der seinigen in zorn gerät so glaubst du die menschen würden es für ihre pflicht und schuldigkeit erklären es damit so zu halten wie es tatsächlich geschieht denn fast jeder hält die leidenschaft vor berechtigt der er huldigt aber ebenso zürnen sie wenn ihnen das warme wasser nicht in der gehörigen weise gereicht wird oder wenn ihr trinkglas zerbrochen ist oder wenn ihr schuh mit schmutz gespritzt ist nicht liebe gegen die ihrigen ist es welche jenen zorn erregt sondern schwäche ist es wie bei kindern die beim verluste von nüssen ebenso weinen wie beim verlust der eltern in zorn geraten vor die seinigen ist nicht ein zeichen der liebe sondern der schwäche dagegen ist es schön und würdig für eltern kinder freunde und mitbürger als verteidiger aufzutreten dem gebote der pflicht selbst folgend gestützt auf unseren willen unser urteil und unsere voraussicht nicht in blinder leidenschaft und wut denn keine leidenschaft ist rachbegieriger als der zorn aber eben deshalb taugt er nicht zur rache vorschnell und kopflos wie fast jede begierde macht er sich selbst zum hindernis vor die erreichung dessen worauf er es abgelegt hat daher hat er denn auch weder im frieden noch im kriege jemals gutes zur folge gehabt denn den frieden macht er zu einer art krieg unter den waffen aber vergisst er dass der kriegsgott es bald mit diesem bald mit jenem hält und so kommt er in fremde gewalt weil er sich selbst nicht so beherrschen wusste ferner verdienen fehler nicht etwa darum vor die praxis des lebens zugelassen worden weil man mit ihnen ab und zu einen erfolg verdankt werden doch auch gewisse arten von krankheiten durch fieber gelindert ohne dass es darum besser wäre dieses heilmittel wäre überhaupt nicht vorhanden fort mit solcher heilmethode der zufolge man seine gesundheit der krankheit verdanken muss ähnlich steht es mit dem zorn mag er auch zuweilen unverhofft nutzen gebracht haben wie gift absturz oder schiffbruch so ist es doch deshalb nicht überhaupt als heilsam zu erachten die fälle sind eben nicht selten wo sich verdorbliches zur rettung führte ferner ist das wirklich begehrenswerte umso besser und wünschenswerter je größer es ist wenn die gerechtigkeit etwas gutes ist so wird niemand behaupten sie würde dadurch besser dass man an ihr irgendwelche verminderungen vornimmt wenn die tapferkeit etwas gutes ist so wird niemand an ihrem bestand auch nur im geringsten geschmäler zu sehen wünschen so wäre auch der zorn je größer desto besser denn handelt es sich um irgendetwas gutes wer wird sich da der vermehrung widersetzen nun ist doch eine verstärkung des zorns von übel also ist sein dasein überhaupt von übel was durch zunahme sich verschlimmert ist nichts gutes nützlich sagt man ist der zorn weil er kampfes mutiger macht das passt auch auf die trunkenheit denn sie macht frech und keck denn viele taugen mehr zum kampf wenn sie etwas angetrunken sind so müsste man dann auch behaupten wahnsinn und verrücktheit sei für unsere krafterhöhung unentbehrlich weil die tollwut oft stärker macht ja das macht nicht zuweilen einen sogar die furcht aus die furcht zum hasenfuß zum helden und hat nicht die todesfurcht auch den schlaffsten zum tüchtigsten kämpfer gemacht aber zorn trunkenheit furcht und dergleichen sind verworfliche reizmittel und sie leisten der tapferkeit keine dienste denn diese bedarf keiner laster sondern sie regen nur den trägen und schlaffen mut etwas an niemand wird durch zirnen tapferer abgesehen von dem was bei ohne zorn von tapferkeit überhaupt nicht die rede gewesen wäre so ist der zorn nicht ein verstärkungsmittel der tapferkeit sondern ein ersatzmittel wäre der zorn etwas gutes dann müsste er nicht eine mitgabe gerade der vollkommensten menschen sein allein die zornsüchtigsten sind kinder greise und kranke und alles schwächliche ist von natur zur klage und zum zorn geneigt um irrende und verbrecher in zorn mitzuhalten bedarf es keines zornigen zuchtmeißer denn da der zorn ein fehler der seele ist so darf man nicht fehler verbessern dadurch dass man sich selbst eines solchen schuldig macht wie soll ich also einem räuber nicht zirnen und folglich auch nicht einem giftmischer nein zirne ich doch auch nicht mir selbst wenn ich blut lassen muss jede art von strafe wende ich als heilmittel an du bewegst dich noch auf der ersten stufe der verirrung und vergehst dich nicht schwer aber häufig so wird zunächst ein verweis unter vier augen so dann vor der öffentlichkeit als besserungsmittel in anwendung kommen ist es schon zu weit mit dir gekommen um noch durch worte geheilt zu werden dann reicht eine ehrenstrafe nicht aus du musst einen kräftigeren und fühlbaren druck auf dich ausüben lassen du musst es dir also gefallen lassen ins exil oder in unbekannte gegenden geschickt zu warten fordert aber deine schon völlig verhärtete niederträchtigkeit noch kräftigere heilmittel dann werden ketten und kerker in anwendung kommen nimm vollends an du habest eine unheilbare seele die verbrechen an verbrechen reiht nimm an du würdest gar nicht erst durch gründe angetrieben an dem du es einem schurken nie fehlen wird sondern die sünde sei bei dir selbst genügsamer grund zum sündigen nimm an du hättest die niederträchtigkeit dermaßen in dich eingesaugt und mit deinen inneren organen vermischt dass sie nur im verein mit ihnen dich verlassen kann nimm an du würdest bald eines elend du wünschtest bald eines elenden todes zu sterben so werden wir uns sehr um dich verdient machen wir werden dich befreien vom wahnsinn mit dem du dich und andere peinigst und werden dir nachdem du dir selbst und anderen zur qual und marter gelebt hast das einzige dir noch übrig bleiben die gut gewähren den tod warum soll ich dem zirnen dem ich den größten dienst erweise zuweilen kann man sein mitleid mit einem nicht besser zum ausdruck bringen als dadurch dass man ihn tötet gesetzt ich betrete als sachverständiger das lazarett eines heeres oder eines reichen hauses so würde ich nicht allen verschiedenen kranken das nämliche vorschreiben ich stehe im dienste des staates und soll ihn gesund erhalten da sehe ich in so vielen gemütern gar mannigfaltig verschiedene fehler für eines jeden leiden muss ein heilmittel gesucht werden den einen heilt beschämung den anderen ein aufenthalt in der fremde den einen schmerz den anderen armut noch einen anderen das schwert so werde ich denn wenn ich als leitender beamter das unheilkündende gewand anzulegen und das signal vor die versammlung des volkes zu geben habe das tribunal nicht mit wütender miene und in feindseliger stimmung betreten nein in meiner mine soll sich das gesetz spiegeln und jene feierlichen worte werde ich mehr mit gelassener und ernster als mit vor wut bebender stimme sprechen und den befehl dass dem gesetze nun sein lauf gelassen werde werde ich nicht im zorn aber mit strenge geben und wenn ich den befehl gebe den schuldigen zu enthaupten oder den vater mörder in den sack einzunähen oder wenn ich an einen soldaten die todesstrafe vollziehen lasse oder an einen landesverräter oder staatsfeind auf den trapeischen felsen stelle so wird dies ohne zorn mit derselben mine und in derselben stimmung geschehen mit der ich schlangen und giftigen tieren den gar ausmache die zornsucht ist nun einmal nötig zum strafen sagst du meinst du etwa das gesetz zirne menschen die es gar nicht kennt die es nie gesehen hat die es wenn es auf seine hoffnung ankommt überhaupt nie geben wird des gesetzes gesinnung also musst du dir zu eigen machen das nicht zirnt sondern befiehlt denn gesetzt es zieme dem tugendhaften wegen böser taten zu zirnen dann wird es ihm auch zustehen über das glück böser menschen sich zu ärgern denn was ist empörender als das schurken in saus und braus leben und das leute die gunst des glückes missbrauchen vor die auch das härteste schicksal noch zu gut wäre aber er wird ebenso auf ihr wohlleben ohne neid hin blicken wie auf ihre schandtaten ohne zorn was er nicht billigen kann verurteilt der gute richter aber er hasst es nicht wie also wenn ein weiser es mit der gleichen dingen zu tun bekommt dann wird sein herz ganz unberührt bleiben und er wird sich nicht ein lebhaftes gefühl in ihm regen als ein gewöhnlicher zustand ich gebe es zu es wird eine leichte und gelinde bewegung in ihm sich verspüren wie zenon sagt auch in des weisen gemüt bleibt selbst wenn die wunde geheilt ist noch eine narbe zurück er wird also gewisse ahnungen er wird noch einen schimmer der leidenschaft in sich wahrnehmen von ihr selbst wird er aber frei bleiben ferner drängt sich doch die frage auf ob die gewohnheitsmäßigen wüteriche die ihre freude haben am menschenblut in zorn sind wenn sie menschen ums leben bringen von denen sie weder ein unrecht erlitten haben noch ihrerseits glauben dass sie es erlitten hätten wie apollodoris und phalaris das ist nicht zorn es ist tierische roheit denn sie schadet nicht weil ihr unrecht widerfahren ist sondern nur um selbst schaden zu können ist sie sogar bereit sich unrecht gefallen zu lassen ihre geißel hiebe und zerfleischungen dienen nicht der rache sondern der lust wie steht es also damit der ursprung dieses übels liegt im zorn wenn diesen die bahn freigelassen wird zur übung und sättigung so schwindet jeder gedanke an milde und gnade jedes gefühl für zusammengehörigkeit mit den übrigen menschen wird aus der seele ausgerottet und so wandelt sich schließlich der zorn in grausamkeit diese unmenschen lachen also haben ihre freude und unbändige lust an dem grausamen spiel und tragen eine mine zur schau die vor allem anderen zeugt als von zorn grausam zum zeitvertreib als hannibal einen mit menschenblut gefüllten graben sah da soll er ausgerufen haben o herrlicher anblick wie viel schöner noch würde er es gefunden haben wenn er einen fluss oder einen see damit hätte füllen können was wunder wenn dich ein solcher anblick besonders entzückt geburt und kindheit sind dir ganz inmitten von blut und mord verlaufen zwanzig jahre hindurch wird dir die glücksgöcktin als begünstigerin dieser grausamkeit lächelnd zur seite stehen überall wirst du dein auge in den erwünschten schauspiel weiden können du wirst schauen in die trahismanischen see bei kanä und zuletzt bei kartago wo lesus der vor einiger zeit unter dem seligen augustus pro konsol in asien war ließ an einem tage 300 menschen mit einem beile hinrichten als er darauf mit stolzer mine zwischen den reihen der toten einher schritt stieß er als hätte er wer weiß welche groß tat vollzogen in griechischer sprache die worte hervor o welch königliche tat was würde dieser elende als könig getan haben das war nicht zorn sondern ein größeres unheilbares übel doch wozu auf alle diese einzelheiten eingehen wenn du das forum gefüllt siehst von menschenmassen und den komitienplatz besetzt von der zuströmenden menge und der zirkus das ganze volk da beisammen so glaube mir so viele menschen da sind so viele laster was du davon bürgern siehst das lebt alles in unfrieden miteinander eines winzigen vorteiles wegen geht der eine auf den verderben des anderen aus jeder sucht seinen gewinn durch die schädigung des anderen den glücklichen hassen den unglücklichen verachten sie gegen die höheren bäumen sie sich auf den geringeren ducken sie von den verschiedensten begierden werden sie angestachelt ein bisschen vergnügen ein stückchen beute zu erschnappen scheint ihnen kein opfer zu groß ihr leben verläuft wie ein fechterspiel sie trinken und kämpfen mit dem nämlichen es ist eine ansammlung von wilden tieren nur dass diese untereinander frieden halten und sich nicht gegenseitig beißen während sich jene gegenseitig zerfleischen und sich aneinander sättigen überhaupt unterscheiden sie sich von den sprachlosen tieren dadurch dass diese gegen ihre ernährer zahm werden während die raserei der menschen sich schonungslos auch gegen die wendet von denen sie ernährt werden der zorn sagt man dagegen ist nützlich weil er die frechlinge verscheucht weil er die bösen abwehrt was erste wenn der zorn eine kraft hat die seiner drohung gleich kommt so ist er eben deshalb weil er furchtbar ist auch verhasst er ist aber gefährlicher gefürchtet als verachtet zu werden er ist kraftlos so ist er in höherem maße der verachtung ausgesetzt und er entgeht nicht dem schicksal verlacht zu werden denn was wäre schaler als die ins blaue hinein tobende zornsucht zweitens so ist manches nicht darum wirkungsvoller weil es schrecklicher ist und schwerlich darf man dem weisen mit dem spruche kommen was des wilden tieres waffe ist das ist auch die des weisen nämlich die furcht vor ihm wie fürchtet man nicht fieber gicht und böse geschwüre und ist darum etwas gutes daran ist nicht vielmehr alles verächtlich abscheulich und hässlich und wird es nicht eben deshalb gefürchtet so ist der zorn an und für sich hässlich und keineswegs furchtbar er wird aber von vielen gefürchtet wie eine hässliche larve von kindern kein zweifel die furcht fällt immer zurück auf den von dem sie ausgeht und niemand wird gefürchtet der selbst nichts zu fürchten braucht hier mag dir die erinnerung aufsteigen an jenen vers des laberius der mitten im bürgerkrieg im theater gesprochen bei dem ganzen volk solchen widerhall fand daß es ihm schien als wäre dies wort dem volke unmittelbar aus der seele gesprochen wen viele fürchten den bedrohen auch viele so hat es die natur gewollt wer seine größe der furcht anderer vor ihm verdankt der ist selbst von furcht nicht frei wie schreckhaft ist das herz der löwen bei manchen ganz leichten geräusch ein schatten eine stimme ein ungewohnter geruch genügt um die grimmigsten tiere in wilde aufregung zu versetzen alles was schrecken erweckt das zittert auch selbst kein weiser hat also grund zu dem wunsche gefürchtet zu werden und zu dem glauben der zorn sei etwas großes weil er furcht erweckt werden doch auch die verächtlichen dinge gefürchtet wie zum beispiel gift stinkende knochen oder bisse und das ist nichts wunderbares hält doch auch ein mit federn bestecktes netz die größten herden wilder tiere beisammen und führt sie ins verderben vogelscheuche popanz ist der name dieses schreckmittels dem nichtigen ist das nichtige schreckhaft das wechselvolle bild sich rasch umdrehnder wagenräder scheucht löwen in ihre höhle zurück elefanten geraten in schrecken durch das grunzen eines schweins die furcht vor dem zorn gleicht also der angst von kindern vor dem schatten oder des wildes vor der roten feder in sich selbst hat der zorn nichts festes und kraftvolles nur auf schwache seelen macht er ein druck man kennt die geschichte von jenem tyrannenmörder der auf halb vollende der tat ergriffen ward hippias ließ ihn foltern damit er die mitwisser angebe da nannte er die umstehenden freunde des tyrannen von denen er wußte daß ihnen das leben desselben besonders teuer war jener ließ daraufhin alle nacheinander wie sie genannt worden umbringen und fragte dann wer noch übrig wäre du allein lautete die antwort denn ich habe dir sonst keinen übrig gelassen dem du lieb wärst der zorn also machte es daß der tyrann dem tyrannenmörder selbst in die hände arbeitete und seine eigenen schutzwächter mit dem schwerte niedermachte wie hebt sich das von alexanders hochherzigkeit ab ab er hatte von seiner mutter einen brief erhalten mit der mahnung sich vor dem gifttrank seines arztes philippus in acht zu nehmen alexander las den brief und lehrte ohne zagen den ihm dargereichten becher er hatte einen stärkeren glauben als an seinen freund er war es wert einem unschuldigen zum freunde zu haben war es wert den tatsächlichen beweis dafür zu geben ich lobe das an alexander umso mehr weil niemand mehr wie er dem anwandlungen des zornes ausgesetzt war je seltener bei königen sich die mäßigung findet umso lobenswerter ist sie ähnlich ist das verhalten von gaius caesar der in seinem sieg im bürgerkrieg durch außerordentliche milde krönte als ihm einige das kästchen mit briefen des von angneus pompeius in die hände fielen deren absender entweder auf der gegenseite gestanden hatte oder neutral geblieben war so verbrannte er sie so maßvoll war er auch wie er zu zürnen pflegte so zog er es doch vor sich jeder möglichkeit dazu zu berauben als erwünschteste art der verzeihung erschien ihm die gar nicht zu wissen was jeder einzelne sich gegen ihn habe zu schulden kommen lassen unglaublich viel unheil richtet die leichtgläubigkeit an oft darf man überhaupt nicht hinhören denn in gewissen fällen ist selbsttäuschung besser als misstrauen man verbanne aus der seele den arg wohn und das mutmaßen diese trügerischen reizmittel der hat mich auffallend unfreundlich gegrüßt der hat meinen kuss nicht herzlich erwidert der hat das gespräch kaum begonnen rasch wieder abgebrochen der hat mich nicht zu tisch geladen der machte eine miene die auf steigende abneigung schließen lässt unter dem verdacht folgt als beilt eine kette von trugschlüssen schlichte unbefangenheit tut uns not und eine wohlwollende beurteilung der dinge nur was in die augen springt und offensichtlich ist dürfen wir glauben wenn unser arg wohn sich als nichtig erwiesen hat dann müssen wir mit unserer leichtgläubigkeit scharf ins gericht gehen denn diese schonungslose kritik wird dahin führen dass wir allmählich der leichtgläubigkeit den abschied geben daraus folgt auch dass wir uns nicht durch elende kleinigkeiten und schmutzereien erbittern lassen dürfen da ist ein sklave nicht rührig genug da ist das wasser vor den genießer zu lau oder das sofa nicht recht in ordnung oder der tisch nicht richtig gedeckt darüber sich aufzuregen ist wahnsinn wenn ein leichter luftzug frösteln macht der ist krank und von schwächlicher gesundheit wenn ein weißes kleid unwirsch macht der ist mit einem augenleiden behaftet wer seitenstechen bekommt beim anblick fremder arbeit der ist ein ausgemachter wollüstling von miridines einem bürger von syrabis erzählt man er habe als er einen arbeiter sah der sich beim graben seine hacke etwas zu hoch in die luft schwang geklagt er werde müde und habe ihm verboten seine arbeit in seiner anwesenheit fortzusetzen derselbe mensch klagte über übel befinden weil er auf seiner ungleichmäßigen schicht von rosenblättern gelegen hatte wo die lustbegierden einmal die seele und den körper zugleich zerrüttet haben findet man nichts mehr erträglich nicht weil es hart ist sondern weil er ein weichling ist der es sich über sich ergehen lassen musste denn was hat es doch für einen sinn wenn einen das husten oder niesen irgendjemandes in wut versetzt oder eine fliege die man nicht mit der gehörigen achtsamkeit von ihm verscheucht hat oder einen hund der einen zwischen die beine läuft oder einen schlüssel den ein unachtsamer diener hat aus der hand fallen lassen wie soll denn einer dessen ohren höchst empfindlich sind gegen das knarren eines sessels den man wegschiebt sich gelassen abfinden mit den schmähungen seiner mitbürger oder den verwünschungen mit denen man ihn in der volksversammlung oder in der kurie überhäuft wird er den hunger und den durst auf einem sommermarsch aushalten er der dem diener zirnt der das getränk nicht gehörig mit schnee mischt nichts also nährt die zornes sucht mehr als maßlose und völlig energielose üppigkeit die seele will hart behandelt sein damit sie nicht jeden schlag empfindet sondern nur die harten dannطt even schreibt 3 gegräufe 10 11 Vielen Dank.